Vorsicht! Vorsicht! Scouts! Ich weiß nicht, dass ich hier bin Okay, alles klar. Bleibt hier schön in Deckung. Ihr müsst eigentlich gar nichts tun. Ich kümmere mich darum. Unser Marco ist hier schon geparkt worden. Das heißt, es geht mal wieder auf eine Außenmission. Ist das nicht schön? Und Lyra hat irgendwie keine Tonspur. Tja. Kampfläufer. Ein Traum. So. Die letzten gingen nach Süden. Wonach suchen die? Wir empfangen ein schwaches Consignal. Ich kann es aufgrund der Störungen nicht lokalisieren. Gut, und wir kümmern uns erstmal um die Kampfläufer. Ich versuche ein bisschen hier dieses Prack als Deckung zu benutzen. Um zumindest die, die von unten schießen abzuwehren. Da können wir uns nämlich erstmal in Ruhe um den hier oben kümmern. Das macht sich vielleicht ganz gut. Und ich habe das Problem mal wieder, wenn ich auf der Schräge hänge, dass dann die Schütze nicht mehr dahin schießen, wo sie hinschießen soll. So. Und dann können wir den proteanischen Highway auch mal weiter voranschreiten. Mehr Kommunikation, Commander. Aber der Sender lässt sich nicht lokalisieren. Hast du da was? Lisbeth könnte noch da drin sein. Es ist erst einige Tage her. Gut. Geben wir mal ein bisschen Gas. Wir merken also, da ist noch jemand am Leben da drüben. Wer schießt hier eigentlich? Sind das auch die Gäste? Sie ist meine Tochter. Ich warte, solange ich muss. Scheint so. Oh, bisschen Entdeckung. Sehr gut. Ah, passen wir doch vorbei. Schön. War mir grad nicht ganz sicher, ob das Heck nicht noch ein bisschen zu lang ist und dann noch erwischt wird von dem Teil. Aber geht gut. Okay. Und weiter geht's. Gibt's irgendwas zum Einsammeln für uns? Nein. Das ist sehr schade. Okay. Wir haben den ersten Abschnitt geschafft. Allerdings... Alter, da ist ja noch jemand hinter uns. Boden. Boden, Boden. Hallo? Hier neben uns? Ach, ich erinnere mich. Ja. Das hab ich immer sehr gern übersehen. So, hier gibt's nämlich noch ein paar Tunnel, die man mit besuchen kann. In denen gibt's nichts Besonderes. Aber... Ein paar Sachen zum Einsammeln eben. So, da warten wir kurz, bis der rauskommt. Da müssen wir uns ja nicht runter bequemen. Und dann war's das auch schon für den ersten. Da bleibt bloß noch einer. Na, was machst du denn? Machen wir sicher an der Wand fest. Okay. Im Shootout hab ich gewonnen. Und hier haben wir mal wieder eine Kiste. Die muss ich mir mal aufschreiben. Proteanischer Highway. What? Highway. Highway. Alles klar. Gut. Müssen wir uns dann später mal holen. Aber zumindest ist sie schon mal vermerkt. Okay. Ja, ihr kommt äußerst früh. Das ist wieder super. Und Drex, der bewacht den Wagen. Natürlich. So, ich weiß nicht, ob da vorne noch mal irgendwo was... Nee, ich glaub nicht, ne? Ich glaub, da vorne war nix. Aber im nächsten Streckeabschnitt des modernen Highways, da war, glaub ich, auch noch mal so ein Ding. So, schön, dass das gleich schon rein eröffnet, dass ich nicht erst den Schalter betippen muss. Und wir schauen mal. Da passiert etwas. Da ist eine Art Fahrzeug. Keins, der geht. Stimmt, hier war schon der Ausgang. Sie können uns sehen. Wir müssen in der Nähe sein. Vergessen Sie sie. Wir müssen die Gate finden. So, nix mit vergessen Sie sie. Mensch, Drex, du bist ja auch so unglaublich auf dein Ziel fixiert immer. Kommt halt davon, wenn man als Söldner arbeitet, da ist man... Ich will mal kurz noch mit dem Marco da oben schauen. Da hat man ein bestimmtes Ziel. Arbeitet nicht unbedingt nach Gewissen, sondern arbeitet nur konkret dieses Ziel ab. Und dann war's das auch schon. Ach, okay, hier geht's dann weiter. Dann bleibe ich mal hier mit dem Wagen und schaue nochmal unten vorbei. Denn dort unten ist nur die Stellung der Menschen und der eigentliche Weg führt uns nach oben weiter. Deshalb komme ich hier durch? Nein, natürlich nicht. Ärgerlich. Deshalb gehen wir erstmal hier runter und schauen mal, mit wem wir es hier zu tun haben. Exogeni-Sicherheit. Rufen bei Trex. Das ist nah genug. Entspannen Sie sich, John. Das sind offensichtlich keine Gate. Gehen Sie zurück, Juliana. Wer sind Sie? Was wollen Sie? Der hat aber auch ein bisschen das Herb-Derb-Gesicht. Kommander Shepard, ich bin hier, um Ihr Gate-Problem zu beseitigen. Sehen Sie? Sie machen sich zu viele Sorgen. Und Sie vertrauen anderen zu schnell, Juliana. Ich bin nur froh, ein freundliches Gesicht zu sehen. Ich dachte, wir wären jetzt die einzigen Menschen auf diesem Planeten. Fai Dan und einige andere Mitglieder von Zeus Hope sind noch am Leben. Ich dachte, sie sagten, sie wären alle tot. Ich sagte, sie wären vermutlich alle tot. Sie haben trotz allem, was die Gate ihnen angetan haben, überlebt. Wir wissen, wie das ist. Diese verdammten Synthetischen sind grausam. Ich tue, was ich kann, um sie von ihnen fernzuhalten. Aber ich brauche Informationen. Was für Informationen? Ignorieren Sie ihn. Die Gate sind im Hauptquartier von Exogeny hier ganz in der Nähe. Das Hauptquartier ist Privatbesitz, Soldat. Beseitigen Sie die Gate sonst nichts. Ihre Firmengeheimnisse interessieren mich nicht. Kommander, bevor Sie gehen, meine Tochter Lisbeth, sie wird vermisst. Sie sollten keine Zeit mit der Suche vergolden. Wenn die Gate weg sind, können wir die Verluste zählen. Das ist meine Tochter, von der Sie da reden. Und sie ist noch am Leben. Ich weiß es. Wo ist Ihre Tochter, Juliana? Sie arbeitete im Exogeny-Gebäude, als wir angegriffen wurden. Oh ja, es gibt einige Orte, an denen sie sich vorübergehend verbergen könnte. Wenn sie da drin ist, hole ich sie raus. Danke, Commander. Vielen Dank. Wissen Sie, was die Gate gesucht haben? Das ist mir auch nicht klar. Wir haben hier nichts Nützliches gefunden. Woran uns Exogeny nur zu gern ständig erinnert. Wir müssen auf unsere Ausgaben achten. Das ist nicht persönlich gemeint. Erzählen Sie mir bitte von dieser Kolonie. Wir haben uns vor vier Jahren hier niedergelassen. Bis zu den Angriffen ging es gut voran. Die größte Herausforderung war der Mangel an Ressourcen. Hier gibt es kaum etwas von Wert. Trotzdem haben wir es versucht. Wir fühlten uns schon fast wie zu Hause. Was hat sie hierher geführt? Ich schätze, ich dachte, das wäre ein Neuanfang. Ich wollte an einem Ort leben, an dem ich das Gefühl hatte, gebraucht zu werden. Stattdessen wurde alles, was wir aufgebaut haben, zerstört. Es ist hart nicht, die Hoffnung zu verlieren. Erzählen Sie mir bitte von dieser Kolonie. Wir haben uns vor vier Jahren hier niedergelassen. Bis zu den Angriffen ging es gut voran. Die größte Herausforderung... Trotzdem haben wir es versucht. Wir fühlten uns schon fast wie zu Hause. Wo ist Ihre Tochter, Juliana? Irgendwo im Exogeny-Hauptquartier, hoffe ich. Wieso haben Sie sich von Sue's Hope abgespalten? Die meisten von uns lebten näher am Gebäude von Exogeny. Sue's Hope wurde größtenteils als Raumhafen genutzt. Als die Geet zuschlugen, haben wir uns verteilt. Bevor sie uns von den anderen erzählten, dachten wir, sie wären bei der ersten Welle umgekommen. Hätten wir gewusst, dass sie noch leben, hätten wir wohl versucht, zu ihnen zu gelangen. Sie sind jetzt relativ sicher, vielleicht sollten sie das tun. Das halte ich für keine gute Idee. Wir haben keine Fahrzeuge und sind auf dem Weg fast ungeschützt. So wie in dem Gebäude, in dem wir jetzt sind? Wir sollten lieber hier bleiben und auf Hilfe von der Firma warten. Sie werden schon irgendwann kommen. Wofür wurde dieses Gebäude genutzt? Wir haben das Gebäude umgemodelt, um es als Hauptquartier von Exogeny zu nutzen. Dort gibt es größtenteils Büros und einige Labors. Exogeny ist gut darin, alles und jeden immerzu umzumodeln. Die Firma muss irgendwie Profit machen, Juliana. Feros ist noch lange nicht selbstständig. Bleiben Sie hier, bis ich herausgefunden habe, was die Geet wollten. Wie Sie meinen. Und vergessen Sie nicht, wenn Sie meine Tochter sehen. Na klar doch. Werden wir mal schauen. Ich hatte gehofft, mit Ihnen reden zu können. Ich habe ein kleines Problem. Was brauchen Sie? Ich muss einige Daten bergen. Es ist keine große Sache, wird aber gut bezahlt. Klingt recht einfach. Wo ist der Haken? Es gibt keinen Haken. Es ist nur gefährlich, aber nicht für jemanden wie Sie. Die Leute denken ständig, dass wir Spaß an der Gefahr hätten. Es ist eigentlich nicht so wild. Sie müssen nur meinen Computer im Hauptquartier von Exogeny finden und die Daten auf diese OSD laden. Ganz einfach. Ich sehe mich um, wenn ich dazu komme. Ich weiß das zu schätzen. Diese Daten könnten viel Geld wert sein. Natürlich hängt das alles davon ab, hier lebend herauszukommen. Warum arbeiten Sie hier im Nichts, wenn Sie doch gebraucht werden? Vielleicht, weil mich die Grenze lockt. Außerdem ist mir die Alternative doch ein wenig zu sicher. Wir Freischaffenden müssen uns nicht so um die Sicherheit sorgen, solange wir nicht auffallen. Erzählen Sie mir von den Daten, die ich für Sie holen soll. Pläne für einige Mod-Prototypen. Ich arbeite als Freischaffender. Und einige meiner Mods sind sehr gefragt. Ich muss gehen. Denken Sie an meine Worte. So, da haben wir also noch einen Nebenauftrag wieder gekriegt. Die restlichen müssten einfach normale Flüchtlinge sein. Da ist, glaube ich, keiner mehr dabei, der irgendeinen Namen trägt. Nein? Gut. Machen wir jetzt auf den Weg. Dieser Ethan John, der ist ja traumhaft. Der ist unglaublich mutig. Der ist, ich weiß nicht wieso ausgerechnet, der hier das Sagen hat. Stellen Sie sich vor, wie dieser Ort in seiner Glanzzeit ausgesehen haben mag. Sehr proteanisch wahrscheinlich. Ähm, mir fällt übrigens auch auf, dass, wobei das jetzt, glaube ich, nicht proteanisch, ne, aber das drüben, äh, der Highway war ja ein proteanischer, ne, Skyway hieß es, äh, war ja ein proteanischer Machart. Und das sieht doch alles sehr betonartig aus. Also, so unglaublich, fortschrittlich sieht der Baustein gar nicht aus, würde ich sagen. So, damit geht es mit dem Barco weiter. Höher hinein ins Exigeniumgebäude. Und wir haben also wieder ein paar Aufträge hier zu erfüllen. Wir müssen die Tochter von der einen finden, wir müssen die Daten von dem anderen finden. Und wir müssen ein bisschen ergründen. Genau, hier geht es doch noch weiter. Wir müssen noch ein bisschen ergründen, was hier eigentlich los ist. So, da ist es nur noch der eine. Da war es nur noch der eine. Nicht runterspringen. Das klingt irgendwie nach Söldnern, ich weiß auch nicht. Na gut, schauen wir mal. Da bin ich ja mal... Wer hat den denn erledigt? Da bin ich ja mal gespannt, wer da am Quatschen ist. Aber erstmal, schauen wir wieder hier rein. Wir haben diesmal auf zwei Seiten jemanden. Okay, warte, hier kommt gleich einer. Ach Rex, weißt du... So unmöglich mit dir. Gut, die anderen beiden sind gut. Das war's zu denen. Rex ist mal wieder vorausgerannt, was total super ist in Verbindung mit der Tatsache, dass er immer noch die Rüstungsstufe 1 trägt. So, die haben aber alle im Nahkampf außenverkehr gezogen und dragst den anderen. Sehr schön. Okay, wir nehmen mal wieder die Kisten mit. Alles her hier. War da hinten noch einer? Ja, das blöd Schild zur Seite räumen. War ja noch ein Rex ist... Was tust du eigentlich? Nee, hier war sonst keine mehr. Okay. Dann war's das ja auch schon, ne? Mehr war da jetzt nicht so, wie ich das mitgekriegt hab. Oder ich hab da irgendeinen Weg übersehen. Das kann natürlich auch sein. Okay, ich glaub, da sollten wir nicht unbedingt runterfallen. Ist vielleicht nicht so ratsam. So drüben noch was. Und dann bahnen wir uns bei unserem Weg weiter voran. Ah, nicht tauchen. Okay. Wieder mal ein paar Raketen schützen. Den treff ich wieder nicht unbedingt, ne? Okay, der ist platt. Dahinten können wir mal wieder den Kampfläufer. Halten wir einfach mal so lange drauf, bis er umfällt. So, und den können wir doch eigentlich mal mit voller Fahrt über den Haufen rotzen. So, hat sich das auch erledigt zu denen. Hüpfen wir doch lustig durch die Gegend. Und damit ist auch die zweite Runde auf dem Skyway beendet. So, hier vorne war noch jemand. Das hab ich gesehen, bevor sie mir den Rande ablockiert haben. Genau. Wir können uns vielleicht noch holen, den kleinen Kirscher. Sieht sie bloß nicht. Wo sind sie denn? Was haben sie nur vor? Das macht keinen Sinn. Außer sie suchen nach etwas. So. Das lässt sich alles noch ganz gut hier beseitigen. Wir merken schon, der Marco, der kommt hier nicht weiter. Das heißt, wir haben unsere Endposition erreicht. Ich parke dann mal hier so. Oh, das sind noch mehr. Na gut, dann nehmen wir die auch mal hoch. Noch einer? Ja. Ein Raketenschütze. So, ich muss mich mal anders hinsetzen hier. Und an dieser Stelle mache ich mal eine ganz kurze Pause. Wir sehen uns gleich wieder. Und weiter geht's. So. Wir schauen uns mal ein bisschen um. Unwur scheint noch ein Gegner zu sein. Hier drüben ist zu verdammt. Türsteuerung. Jetzt bräuchten wir jemanden zum Dechiffrieren. Das ist natürlich uncool jetzt, ne? Eigentlich würde ich schon gerne hier reinschauen. Nicht, dass das später gar nicht mehr geht. Das wäre ziemlich uncool. Ähm, 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 wie mache ich das denn jetzt? Hm, 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 hm. Wisst ihr was? Ich werde nochmal kurz zur Normandy gehen und die Personen wechseln. Ich weiß nicht, ob das hier irgendwie von Wichtigkeit ist, der Raum. Aber ich will schon da reinschauen und wissen, was da drin ist. Und dann werde ich mal, ich glaube zumindest Rex werde ich austauschen und dafür vielleicht Tali mitnehmen. Damit ich hier, oder nehme ich Garrus mit? Ich weiß es noch nicht. Vielleicht muss ich auch beide nehmen. Das werde ich mal sehen. Ich werde das mal ausprobieren, ob einer schon reicht. In dem Falle werde ich dann mit einem zuschalten. Wenn einer nicht reicht, dann muss ich eben beide mitnehmen und später nochmal wechseln. Aber das mache ich natürlich ohne, dass ihr jetzt dabei seid. Also wir sehen uns gleich wieder. Okay, ich habe mal ganz fix Tali geholt. Also was heißt ganz fix? Ich musste halt nochmal bis ganz zum Anfang dieser Welt zurückfahren, ne? Bis zur Normandy und musste Tali wiederholen. Denn auf dem Planeten hier kann man eben nicht einfach so zur Normandy zurückspringen. Ist ein bisschen schade, aber naja, ist halt so. Gut, und mit Tali können wir jetzt hier auch die leichte Läscherfrierung durchführen. Ich muss auch mal, habe ich gerade festgestellt, meine Punkte verteilen. Ich habe schon wieder einiges an Level-Ups gehabt und habe es irgendwie überhaupt nicht gemerkt. Wir können beim Spectre-Training jetzt mal die meisterhafte Einigkeit hier uns reinhauen. Was ich sehr schön finde. Das heißt, wir können noch ein ganzes Stück schneller jetzt das Ganze machen. Nach Ladezeit nur noch 90 Sekunden. Und vorbildlich habe ich festgestellt, sind wir noch schon ziemlich weit. Aber es reicht noch nicht, um hier beim Einspeicheln noch weiter voranzukommen. So, und worauf vergebe ich denn jetzt die restlichen Punkte? Hier können wir auf jeden Fall einen auf die Gesundheit machen. Sturmangriff-Training. Ach ja, komm, weißt du. Machen wir auch so. Sturmgewehr haben wir schon voll. Ich wollte, glaube ich, die Schrotflinte noch ein bisschen weitermachen. Okay, machen wir das so. Bei Liara. Zwölf Punkte. Meine Güte. Okay, dann müssten wir mal werfen. Haben wir jetzt schon vollgemacht. Das ist gut. Ähm, äh, ja. Dann heben ist, glaube ich, auch nicht schlecht. Das machen wir mal voll. Die Singularität. Oder die Stase. Äh, hier ist die Stase. Die Stase. Hm, weiß ich nicht. Stase eigentlich nicht so sehr. Elektronik. Ne, das machen wir bei den anderen. Wir machen auf jeden Fall mal hier den Asari-Wissenschaftler voll. Und dann gehen wir mal auf die, mit der Warp. Der schwächt die Rüstung. Fügt mir den Zeitschaden zu. Hm. Singularität. Nehmen wir mal die Singularität hoch. Ja, ja, ja. Sehr schön. Und... Damit gehen wir zu Tali über. Bei der machen wir das Hacken. Ne, die Elektronik wollte ich mit der machen. Und jetzt gehen wir aufs Hacken. So, ich weiß, ich könnte hier oben auch ein bisschen machen. Um das tolle Schrotflinte. Aber... Muss ja nicht zwangsweisen. Die soll ja jetzt nicht hier Superkämpferin werden. Damit würde ich sagen, speichern wir. Und dann dechiffrieren wir mal eine Runde. Und dann dechiffrieren wir mal eine Runde. Fröhlich wie immer. Was haben wir denn da? Was haben wir denn da? Sind hier Gegner zu erwarten? Nö. Okay. Ja, das hauen wir erstmal... Ah! Sachlos! Sachlos! Ein Kampfläufer! Äh, ja. Moment mal, Moment mal. Ich haue mir mal kurz hier den Overkill rein. Haben wir noch was? Dämpfung. Schildboost. Na gut. So, ich haue mal voll drauf. Solange es hier noch am Boden liegt. Und dann ist das auch kein Problem. So, das ist natürlich nett. Sitzt das hier rum und ist in Ruhe. Und wenn wir da drauf schießen, kommt es vorbei. Okay. Sehr gut, sehr gut. Haben wir das... Was? Was? Hat er grad nach hinten geschossen? Durch seinen Kopf durch? Wieso stand das hier jetzt wieder? Das ist ja eine Frechheit. Das ist ja eine bodenlose Frechheit. So, dann müssen wir den ganzen Spaß eben nochmal machen. So, schnell rum. Das ist ja unglaublich. Unglaublich ist das. Vor allen Dingen so klein und unscheinbar hier, ne? Dieser Bastard. So. Und jetzt hauen wir dir von Tali eine Sabotage rein. Sabotage? Ich glaub schon, ne? Ich glaub schon, ne? War das die Sabotage? Ne, die Überlastung. Die Überlastung. Ich glaub, die Überlastung war das. So. Oder können wir KI-Hacken machen? Ne, das bringt uns nix. Und hier machen wir mal... Was hast du grad gemacht? Singularität. Singularität. Ich nehm das. So. Ich trau' dem nicht mehr. Ich trau' dem nicht mehr. Der bleibt doch nicht tot. Na gut, wir sammeln den Mafix ein. Siehste? 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 Da lebt er wieder. Ist ja unglaublich hier. Oh. Das geht gar nicht. Jetzt jetzt Liara hab ich halt direkt tot, ne? Kann ich froh sein, dass es nicht mich wieder getroffen hat. Aber Liara steht wieder. Diesmal kann ich auch speichern. Sehr schön. Das ist schon ne ziemliche Frechheit hier. Das war eine Forschungseinrichtung. Ein Ort des Wissens und Lernens. Es hätte kein Schlachthaus werden dürfen. Ne, jetzt nicht. So, okay. Dann können wir uns jetzt mal wieder den eigentlichen Geschäften hier widmen. Nachdem wir hier diesen kleinen Aufreger hatten. Das ist ja unglaublich frech hier. Uns den Kampfläufer hier hin zu klatschen. Gut. Und dann sind wir doch mal gespannt, was wir jetzt so alles erleben werden. Hier sieht's schon mal aus, dass wir nicht weiterkommen. Unsere Waffen richten bei einem solchen Feld nichts aus. Wir müssen einen anderen Weg nach drinnen finden. Sehr gut erkannt. Okay. Wir gehen dann mal hier nach unten, glaub ich, ne? Ja, das sieht sehr gut aus. Hier geht's nur nach unten, Commander Shepard. Aber rückzu kommen wir dann hoffentlich über das Ding da wieder raus. Über die Ecke. Da oben. Jetzt schauen wir aber erstmal, dass wir hier nicht in den Hinterhalt reinlatschen. aus. B沙